Das Heilige Römische Reich war ein mächtiges und prestigeträchtiges europäisches Königreich, das über tausend Jahre lang existierte. Es wurde im 9. Jahrhundert gegründet und im 19. Jahrhundert von Napoleon Bonaparte aufgelöst. Zu seinen bekanntesten Herrschern gehören Karl der Große Kaiser Barbarossa und Kaiser Franz II. Das Heilige Römische Reich war ein mittelalterliches Königreich, das aus dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation und dem Heiligen Römischen Reich italienischer Nation bestand. Es wurde von Kaiser Karl dem Großen gegründet und existierte bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Das Heilige Römische Reich war ein mächtiges und weitläufiges europäisches Königreich. Das im Mittelalter existierte. Es umfasste Länder wie Deutschland, Österreich, die Schweiz und Teile Italiens und Ungarns. Das Reich war ein mächtiges politisches und militärisches Gebilde, das im Laufe der Zeit immer wieder Konflikte mit anderen europäischen Staaten hatte.